in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr unbegrenzt sachen in euer lager tun könnt und zwar wenn ihr den duplication glitch macht dann habt ihr irgendwann euer lager voll ich habe zum beispiel auch viel mehr sachen drin als man drin haben darf und zwar darf man maximal nur zehn sachen drin haben aber es gibt einen trick um diese begrenzung zu umgehen wenn ihr auf nicht aussüssen drückt habt ihr nur die möglichkeit es zu zerstören aber das wollen wir nicht stattdessen drücken wir auf tauschen und dann fertigen wir einfach irgendwas an mit eurem bauplänen ich mache das meistens mit dem munitions mods weil ich die eh nie brauche dann tausche ich all meine sachen die ich verdoppelt habe gegen irgendwelche sachen die ich sowieso nicht brauche falls ihr den duplizieren glitch nicht gemacht habe aber euer lager trotzdem voll ist und ihr irgendetwas anderes exfiltriert habt was sie gerne in anderen runden benutzen wollt dann könnt ihr das natürlich so auch machen das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr lasst doch ein like da und ein kostenloses abo damit ihr immer auf den neuesten stand bleibt und in zukunft nichts mehr verpasst danke fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao